Okay. Jetzt haben sie auf jeden Fall gehört, dass hier ein Mark 14 im Spiel ist, wenn sie die Waffe kennen. Nicht jeder kennt diese Waffe. Aber die hat halt auch einen richtig krassen Rückstoß, wenn man die so in der Hand hält. Ich frag mich nur, wo die anderen zwei sind. Nicht, dass sie auf einmal wieder ganz nah am Haus stehen oder so. Irgendwo schießt hinten eine Mini 14. Ich weiß nicht genau wo. Ich meine, wenn sie links vorbeigehen, siehst du es. Wenn sie rechts vorbeigehen... Klar. Einer tot. One shot, lol. Das Fenster rein. Warum bist du eher für gerüstet? Ah, ich sehe ihn. Ich habe ihn gesehen. Er hat kurz... Ich hatte gerade in dem Moment meinen Mark 14 noch in der Hand. Warum ist die Tür ja nicht offen? Weil ich da rausspringen will. Ja, okay. Dann machst du wieder auf. Ich wollte nur nicht, dass die vielleicht Granaten reinschmeißen können, weißt du? Darum ging es mir jetzt. Die gehen wahrscheinlich bestimmt... Hinter dem Haus ist auch noch einer. Ich habe ihn gesehen unter der Mauer. Ist ausgenockt. Ich werde aktiv. Sein Kollege ist da auch noch daneben direkt. Ist tot. Alle tot. Ich glaube, dann geben wir 10 Sekunden auf. Es leben nur noch drei Leute. Einer schießt schon mal auf Westen drüben. Wir müssen halt erstmal sehen, dass... Ah, ich laufe jetzt. Zwei Hits hat er... Ne, er ist oben auf dem Felsen. Oben auf dem Felsen ist einer Westen. Zwei Sekunden, wir müssen los. Ich schmeiße die Granate dahin. Der schmeißt auch welche her. Ich bin hier in der Zone auf jeden Fall. Granaten. Ich weiß nicht, wo die mal gelandet sind. Ich habe einen ausgenockt mit der Nate. Der andere ist am Hügel oben. Nein! Ach, scheiße. Wie knapp war das denn? Den habe ich voll getroffen. Das ist...